Du bist nur ein Wichter! Du bist der dreckigste Huren, so nehm ich in meinem ganzen Leben gesichert! Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Meine Supporter haben mich gerade gemeldet, auf meine Sucht, dass hier jemand ist, der gerne einen YouTube-Rangen hätte. Und ich mir das doch mal bitte anhören soll. Und das machen wir heute mal. Ich hole mal hoch. Sind die denn schon auf dem Server? Also, dass sie mir dann gleich den Reim geben können, oder? Ich bin auf dem Server, ja. Ich bin bereits noch nicht online, okay. Warum siehst du mich denn jetzt? Ja, also ich glaube, sie sind eine erwachsene Person und haben das Recht darauf gesiezt zu werden, oder? Ja, das ist sehr lieb von dir, Paluten. Ja, jetzt hätte ich gerne einen YouTuber rein. Ja, dazu muss ich deine Identität bestätigen. Aber ich muss leider sagen, dass sich Paluten in den Videos ein bisschen anders anhört als du. Nee, 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 finde ich. Doch, der hört sich ein bisschen anders aus als du. Ja, in meinen Videos mache ich dann noch so ein bisschen so einen kleinen Tatsch. Du hörst dich ehrlich gesagt an wie so ein Zwölfjähriger oder so, der gerade am Stimmbruch ist. Du hörst dich an wie ein Zwölfjähriger, der gerade am Stimmbruch ist. Und wie sollst du dich anhören wie ein Esel? Also es soll jetzt gar nicht beleidigend sein, aber vielleicht sind deine Eltern ja Esel. Hä, was? Warum sind meine Eltern Esel? Egal, lenken wir einfach nicht vom Thema ablenken. Ja. Ähm, ich will jetzt hier meinen YouTuber-Rang sehen und dann ist auch alles Palette hier. Dann lass ich dich in Ruhe. Du, also den YouTuber-Rang auf Mainzucht gibt's ab 10.000 Abonnenten. Wenn du mir einen Channel schicken kannst, der Minecraft macht und 10.000 Abonnenten hat, dann können wir darüber nachdenken. Ich hab ein bisschen mehr als 10.000. Ich hab 2 Millionen. Ich glaub, das sind auch einige mehr als du hast. Also du willst ehrlich sagen, dass du Paluten bist? Ich bin Paluten. Du hörst dich eben an wie... Jetzt hast du mir grad den Channel-Link von Paluten geschickt. Ja, das bin ich. Das bist du. Der Paluten mit 2 Millionen Abonnenten auf YouTube, der, ich weiß nicht, 22 ist oder 25, irgendwie sowas, ne? Über 20 auf jeden Fall. Genau. Und der hört sich so an wie du. Genau, das bin ich. Bist du fest von überzeugt? Ja, ich kann's dir auch beweisen. Ja, dann komm mal bitte auf den Minecraft-Server und dann musst du mir da... Dann join mal bitte... Wie bitte? Ich kann's dir beweisen. Ja. Ichka. Ichka. Ach, Etka. Mein Schwein. Ja, das ist mein Schwein. Dein Schwein. Okay, komm mal bitte auf den Minecraft-Server, Paluten. Da bin ich schon längst drauf. Ähm, welche Lobby? Das findest du wahrscheinlich selber heraus, weil dem Duft von mir kann keiner widerstehen, also... Sag mir einfach deine Lobby oder ich bandle dich direkt hier weg, Alter. Ähm, jetzt werden sie mal hier nicht frech, okay? Wieso siehst du mich denn, Alter? Ich komm mir so komisch vor. Also, in welcher Scheiß-Lobby bist du? Du musst auf den Neta stehren... Wie gesagt. Den Neta stehren und sagst du mir, wo der Neta stimmt. Lobby 1. Lobby 1, okay. Lobby 1 kann ich nicht rein, die ist voll, super. Doch, jetzt bin ich drin. So, Paluten. Oh ja. P-A-L-U-T-E-N. So, Paluten. Ja genau, ich bin der Paluten. T-P-P-A-L-U-T-E-N. Können Sie auch mal das gehen? Ich kann mich nicht zu Paluten tippen, tut mir leid. Geht nicht. Ja, haben Sie Paluten auch richtig geschrieben? Schreib mal einen Punkt im Chat, bitte. Das geht nicht. Ich brauche ja dafür erstmal meinen YouTuber-Rang. Ah, stimmt. Das geht auch mal. Deshalb will ich jetzt erstmal meinen YouTuber-Rang sehen. Paluten. Bist du Paluten? Ja. Ich bin der Paluten. Ah ja, da sind sie ja. Leicht. Also. Hallo Paluten. Hallo. Oh mein Gott. Da ist Paluten. Ja, guck. Ich hab's dir doch gesagt. Ja, hi. Hi Paluten. Wie geht's dir denn? Hi. Soll ich dir sagen, was ich gleich mit dir mache? Ich hab ne Community mit 2 Millionen Abonnenten. Willst du wissen, was das heißt? Das heißt, es sind 100 und... Eine Million und 700.000 Abonnenten mehr als du. Das heißt, meine Community ist viel, viel größer zu sein. Soll ich dir sagen, was das heißt? Wenn du mit mir beefen möchtest. Weißt du, was dann mit dir passiert? Ich lass deinen YouTube-Kanal wegstripen. Dafür, dass du mich gerade austimelassen hast du Ruhe im Sohn. Dass ich dich austimelassen habe, wäre klar. Du bist mir jetzt einfach meinen YouTube-Rang. Wer mir zusteht. Der steht mir voll. Und dann... Bist du noch auf dem Server wieder? Ja. Ah, du bist wieder da. Ja. Okay, ich geb dir deinen YouTube... Oh. Ähm. Ich geb dir deinen YouTube-Rang. Und zwar... Palut... Oh, ich werde mich vertippen. Paluten... Genau. Und jetzt... YouTube-Rang, ne? Hast du bekommen den Rang? Ja. Hast du bekommen den Rang? Leute, ist Paluten so einer... Du bist so ein Wichser. Du bist so ein Wichser. Du bist so ein Dreckig zu wohnen, so den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich habe so echt verweckt deine Mutter. Was heißt das? Reicht, Leute. Reicht. Also wir haben viele Leute hier. Die mal vorbeikommen und sagen, Ja hallo, ich bin German. Let's play. Ich bin ungespielt. Ich bin Dehner oder so. Wo man direkt merkt. Die sind das nicht. Und dann sagen sie auch... Ja, hast recht. Bin ich wirklich nicht. Und es gibt auch welche, die kommen einfach her und wollen solche YouTube aber antragen. Gibt auch sehr oft. Aber das Typ ... Was war los mit dem, Leute? Schreibt's in die Kommentare. Gebt doch bitte dafür einen Daumen nach oben und macht euch einen sehr schönen Tag, haut rein und ciao.